Ein herzliches Grüß Gott hier am Bichlerhof. Ich heiße Barbara Pfaffenthaler Bichler. In meinem Leben gibt es viele Kraftplätze. Familie, der erste Kraftplatz. Ich lebe hier mit meinem Mann Hansi und meinen tollen Kindern Johannes und Christina. Unser Ortsteil, Lars, befindet sich in der Gemeinde St. Marijn-Veistritz. Dieser wunderschöne Ort liegt am Berg der Gulsen. Bewundernswert durch die Erika-Blüte, die sich auch in meinem Gulsendirndl im Leib widerspiegelt. Kraftplatz Bauernhof. Hier lebe und arbeite ich. Wir betreiben einen Betrieb mit Milchwirtschaft, Kälberaufzucht und Ochsenmast. Seit dem vorigen Jahr haben wir einen Melkroboter am Betrieb, der uns die Arbeit erleichtert. 50 Milchkühe sind im ständigen Einsatz. Kraftplatz Schule. Voll Freude unterrichte ich in zwei Volksschulen in St. Marijn-Veistritz und in Kobenz Religion und Englisch. Seit zwei Jahren bin ich auch ausgebildete Klangpädagogin. Auch in der Pfarre, der nächste Kraftplatz, gibt es viele Möglichkeiten, Wortgottesfeiern, Segensfeiern, Tiersegnungen zu gestalten. Kraftplatz Vereine. Viele Vereine bereichern meine Freizeit. Ich darf mein Können immer wieder zur Verfügung stellen und in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Im Chor, bei der Frauenbewegung, im Bauernbund und auch in der Schule darf ich immer wieder Kurse anbieten und mithelfen, Feste und Feiern zu gestalten. Das Leben im christlichen Jahreslauf mit gelebten Traditionen ist für mich besonders wertvoll und den Schöpfungsauftrag zu erfüllen und an die Kinder weiterzugeben, finde ich besonders wichtig. Gerne feiere ich auch mit Nachbarn und Freunden viele Feste. Abschließend möchte ich alle jungen Frauen ermutigen, auf einen Bauernhof zu ziehen. Bäuerin sein ist einfach cool. Man kann seine Begabungen und Talente entfalten. Viel Mut und Kraft, Gottes Segen und volle Kraft voraus. Alles Liebe!